Ja, wir wollten schnell etwas zu Ende bringen, wir wollten hier nicht irgendwie lange im Akt bleiben oder so. Muss aber Loot haben. Ja. Dann klau ich den mal. Wow. Warum bist du hier? Gibt's eine Sackhasse. Wir müssen gefährlich aus. Du hast zwei Fäde in den Augen. Ja, und dieser Kopf auch. Oh Aska, man ist hier jetzt wie im Teleportieren, wir müssen ganz wenig zurücklaufen. Oh. Oh Aska, Mann. Aska ist gleich superschnell. Da ist Zeug. Gut verhalten, hat sie abgelenkt. Wow. 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 Oh, ein Gebläger. Den Kreuzzug hält nichts auf. Scheiße. Alter Aska, Aska. Oh, ich dachte es schon. Den Heilbrunnen musste ich jetzt leider stehen lassen. Ich warte jetzt wieder vor dem Eingang und warte, bis ich wieder bei dem einen Punkt wieder bin. Noch nicht bereit. Der macht es jetzt wahrscheinlich wirklich. Die armen Dinger leben ein Leben. Ich könnte theoretisch eigentlich auch stehen bleiben und einfach warten. Das ist aber schon. Nur Geduld. Das ist aber schon. Nur Geduld. Das war beim ersten Mal, wo ich das hier gespielt habe. Das ist ein Megadammer. Ja, hier ist das eh noch so ein Schulerkreis. Das ist ein Schulzeitstreckungspirale. Die Zaghalstachler mögen zwar die Rieseskorpionen aussehen, sind jedoch in Wirklichkeit Menschenopfer, die von Dämonen zurecht geformt wurden, um ihnen diese unverwechselbare Gestalt zu verleihen. den goldenen Gegner dieser Tüter die Brust auf und verstummen auf brutale Art und Weise ihre Beine diese vor Schmerzen in den Wahnsinn getriebenen Kreaturen können ihre Beute mit einem einzigen Stich vergiffen da ist ein grünes Zeichen auf meinem Wildschirm Gott, ich fühle es wow, ich habe ein Handwerk zu Step gekriegt Dankespiel, dass du mir gesagt hast, dass ich ein Handwerk zu Step bekommen habe Ach du Scheiß, wie viel Zeug liegt darum Ich hatte deinen Schatzkoppeln denn was zu ziehen? Ich hatte unlängst einen zurückgekehrten Kreuzritter kennen und jetzt verstehe ich jeder Kreuzritter hatte einen knappen wenn der Kreuzritter fiel ich beinahe der Knappe seine Rüstung seinen Rang im Orden noch ein Schatzkoppeln Nein, jetzt auf der anderen Seite der Map da kommt man nicht hin, Alter, das ist geil Ich hatte hier einen Zauberer dabei Und so geht es seit 200 Jahren Kommst du, Oscar? Ja, warte Noch nicht bereit wenn du einen Schatzkoppeln gebeten getötet werden Wo ist denn hier irgendwo ein Schatzkoppeln? oder ist das in der nächsten Ebene erst? in der nächsten Ebene in der ersten Ebene aber dass ich da war auf der ganzen der war irgendwie ganz unten konnte man nicht hin Loll, das Ding hat noch angegriffen, als ich tot war. Ich sehe schon, Foxy kommt einfach gar nicht mehr. Ich denke, ich soll mich wohl vorstellen. Ich bin zu dir, Gebieterin der Lust. Asmodan's gemacht. Also wenn die so aussieht, wie so eine Spinne, ich will nicht wissen, wie Asmodan aussieht. Das ist wie ausführend. Ach, wie belebend. Spielt mit meinen Töchtern. Ich möchte euch nicht ermüden. Eure Schmerzenscheine hätten so süß, als wir uns irgendwelche Brustgegnern neun. Hm? Ja, diese Ehrung. Ketten reißen an ihrem Fleck. Was findet ihr, welche Brustgegnern neun? Hört ihre Schreie. Ich hab's, Goblin! Feiner! Ich bin tot! Boah! Der hat aber verdammt viel gelohnt. Wow! Ach, jetzt ist Bock, dieser. Hat es bestimmt, während wir den Bosskampf hatten, den Loot, den Loot, den Schatzgoblins aus der einen Ebene rausgeholt. Ja! Da war nix mehr. Lol. Das ist so nah. So nah schon. Boah, das muss man sagen, wie das aussieht. So fern. Morgen ist Sonntag. Danach ist wieder Montag. Dieser Montag, der kann uns wieder was. Boah, wo geht's denn hier lang, ey? Okay. Noch nicht. Oh, scheiße. Nur Geduld. Amulett! Das Mils. Das Foxy-Riff, äh Foxy-Riffen Foxy-Riffen Foxy-Riffen. Oh, geil. Oh, geil. Jetzt kann ich letzten Endes so sehen, wann er stirbt. So. So. Gebt mir solche coolen Seher-Kräfte. Hat der einfach was Legendäres gekriegt. Alter, die mehr plötzlich nicht mehr schießen. Ah! Da wollte ich grad'n, äh, Wärmchen fressen. Da hat er so ein Köpfchen schon auf deinem Köpfchen. Macht euren Frieden, jetzt! Nicht mehr dafür, dass ich den Schrein untersuche. Jo, wir müssen die Wellen besiegen. Kriegen wir ne Truhe. Eher! Ja, oh! Das hatte sie noch. Nur Spreu im Winde. Oh, verstanden, wirキャeren. Huh? Ja, oh. Ja, oh! Ja, oh, ich glaub sie dir ein. Nur Spreu im Winde. Ich weiß, das. dreht sich einfach nur so. Den Leute, die unten. Kein legendärer Gegenstand, Scheiß-Truhe. Jetzt haben wir den typischen Zillardspruch rausgelassen. Ich habe meine Fähigkeiten auslösen. Oh. Oh nein. Oh nein. Zerbrannt im Licht. Ich bin rein, oder? Special Beam-Cunnion! Ja, der sagt Spicolo immer. Oh je. Wie ist denn, oh je. Oh nein. Mann, die sind Dragonball-Leute. Leute, du bist doch genau so ein Dragonball-Fan. Du bist immer nicht so wie Stubi, der nicht mal weiß, was es ist. Waaah? Ja. Ich bin schon mit Dragonball-Bowl. Äh, äh. Jeder Teil wird auf den Kan-Kan-Kanalist. Ja, ich kann mich ja gar nicht ausmachen. Hä, Dragonball, was ist denn das? Das Leid ist hier. Sind nicht übergroße Wälle. Ja, ich auch. Das Leid wird dir schon bald die wahre Bedeutung zeigen. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Ich geh zurück in die Bastion. Und wer kommt? Ich muss zurückkehren. Ich hoffe doch, dass ihr euch nicht zu viel von dem Mann habt. Ah, es sind so viele. Bus bauen, kommt. Oh oh. Was? Was? Ja, die OP-Gegner hier. Die liegen ihre Gegenstände droppen. Oh, ich dachte, die Gegend nicht, wenn nicht so OP-Zillot. War ich aber gegen ihr. Doch, hat er, sagen das was, äh, getroppt. Aber nein, das war nur der Asper. Da war der Sauber. Oh, da ist leuchtet Wegpunkt. Vielleicht ist es auch so horrend. Vielleicht bin ich auch versehen, äh, zu euch gekommen. Ja. Letztosive Inhalte nur bei Zillot zu sehen. In 20 Jahren. Ja. Weil wir so verstrahltig Super-Mutanten sind. Ich will hier runterspringen. Ich will mit wie lang es geht. Nein. Da hat klein Zillot, aber, äh, paar Probleme. Ich habe einige neue Waren, die für euch vielleicht von Interesse wären. Tag 9. Der junge Kommandant Calderos glaubt, dass die dämonische Geisel vor einer Darbietung rechtschaffener Stärke die Flucht ergreifen wird. Er hat vor, morgen einen Angriff von unseren Befestigungen auszuführen. Calderos kann gerne diesen Selbstmord durch Dummheit begehen. Aber ich will verdammt sein, wenn ich meine Jungs mit dem Ziel laske. Und tschüss. Und tschüss. Ich bin so wieder abgehauen. In die falsche Richtung. Ja, ich wollte gucken, ob Blut ist, aber... Da ist kein Blut. Ist kein Blut. Ist kein Blut. Ich kann fast euren Atem auf meiner Haut spüren. Dieses Gefühl, euch zu erwarten. Was? Die besorgt sich dann so ein Zillot. Die machen so... Die machen so eine Vereinbarung. Wir lassen den Zillot dann da. Und, äh, dürfen hier dann das Ding Herz kaputt machen. Und gehen dann zu Asmos an weiter. So machen wir das. Dann kann ich mit so einem Zillot immer wieder rumspielen. Jetzt werde ich mich beweisen. Deswegen ist das ein Film unterwegs. Ja, der will so schnell wie möglich da hinkommen, damit sie was zum rumspielen hat. Oder er an was rumspielen kann oder so. Immer so einen großen hier besiegen. Tja, kannst du glaub ich mal nicht. Das ist fade, Mann. Guck mal, der hat so große Fächer gefangen, ey. Und die kleinen Rachen hier. Man, die Laserstrahl sind böse. Ja. OP Laserstrahl würde ich nur sagen. Fox, die nicht weitergehen. weitergehen. So. Komm, ich sag'n grüner Punkt dahin. Aber, weil da dann ein Dingsbuch ist, ein Z-Buch. Egal. 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 Auf das hier habe ich mich gefreut. Egal. 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 Die Stimme soll weich wie unig sein, doch sie spricht nur Worte des Todes. Ich hör nicht so legendäre Gegenstände dauern. Ich gar nichts. Ich hab jetzt eine Sache in den 2 Stunden gekriegt. Oha. Boah, ich hab sie in 4 Stück oder so. Ach so ist das? Musst man auch so ziehen, den Pass brauchen bei Blizzard. Ja. 100 Euro und dann kriegst du pro Stunde 20. Ja, das ist genau. Der, er sagt jetzt bestimmt bloß, er hat 4 bekommen. Im wirklich hat er 200 gekriegt, damit wir uns hier nicht... Ja. Nicht, dass wir dann anfangen zu weinen und da so eine Ecke stellen und Minecraft gucken. 2.000 Folgen Minecraft. Oh, oh, oh. Oh. Box hat nicht, deren Gegenstab bekommt. Er hat sich gerade in diesem Pass gekauft. Oh, das bringt mir da sowas von gar nichts. Das ist verworrend bei eBay. Ja. Kann ich bei eBay so ein paar Lege der Gegenstände kaufen. Kommt sofort wieder, ist so, Level 200, obwohl es nur bis zu 70 geht. Kommt sofort wieder, ist so, Level 200, obwohl ich nur bis zu 70 geht. Also, gefühlt Level 200, Paragon Level 10 Millionen. Weil er sich so viel bei eBay gekauft hat für Diablo 3. Ja genau, er kauft sich einfach so Level 80 durch. Noch nicht. Also, nach einem Monat spielt der Spieler in Level 80 das Heck dann historieren. Genau. Vor allem ist dann halt so ein, wirklich einfach... Er hat einfach das Maximallevel um 10 Level überschritten, einfach weil er so... Was ist modern? Ja, modern. Ich will dich umreiten oder so. Haben wir gerade den Acht 4 im... Äh... Unter...